hey leute willkommen bei pyro spezial heute wieder knaller vergleich und zwar haben wir hier verschiedene von pyro art von nico und einmal von veco fangen wir mit dem an 2,4 gramm für pyro art interessant der super böller 2 hat nur zwei gramm nem an sich ist der böller steinhart vorn und hinten aber mit ton erde zu hier der ist schon anders ist gestoppt allerdings nicht so schön verarbeitet weil er ein bisschen weich ist also finde ich jedenfalls und naja nem steht hier jetzt nicht drauf und hier auch nicht interessant hier der von nico auch echt gut verarbeitet sehr harter böller nem 3,5 gramm und vorne und hinten passt wandung ganz ok die sind übrigens aus dem set knallpower hier haben wir noch nico aus dem schinken der hat eine nem von 3,2 genauso gut verarbeitet und wandung ziemlich gleich zum schloss hier der von pyro art der super böller dynamit super böller 1 2,5 nrm ok los geht's so 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 so